Ja, herzlich willkommen Leute, heute zu einer kleinen Lektion zu Name the Trade wieder und zwar Name the Trade mit Haustieren. Ich habe es euch schon mal gesagt, dass man Name the Trade natürlich mit Haustieren machen kann, deswegen werde ich euch das hier einfach mal vorführen. Also, wir können das hier ersetzen, wenn man hier sagt, man darf Nutztiere essen. Oder können meine Maus nicht sehen? Ah, jetzt. Wenn man sagt, man darf Nutztiere essen, dann folgt daraus unweigerlich, man darf Haustiere essen. Also, du kannst Menschen mit Haustieren ersetzen. Das ist auch eigentlich der erste Schritt. Man macht erstmal die logische Ausweitung zu den Haustieren und dann macht man die zu Menschen. Nur wenn man es halt eilig hat, kommt man direkt auf die Menschen, damit die Menschen, mit denen du redest, direkt das Problem erkennen. Und man kann das natürlich auch mit Haustieren machen. Das geht dann folgendermaßen. Es ist genau das Gleiche wie mit den Menschen. Es ist eins zu eins das Gleiche. Und zwar sagt jemand, ja, man darf Nutztiere essen, also Hühner, Schweine, halt Kühe. Und man darf aber keine Haustiere essen. Man darf keine Katzen essen, man darf keine Hunde essen. Also das, was euch jede Person erzählen wird. Genau das wird euch jede Person erzählen. Frag jeden Menschen, darf man Hühner essen? Wird er sagen, ja, der wird wahrscheinlich gerade irgendeinen Chickenburger in der Hand haben. Also darf man offensichtlich Hühner essen. Aber frag die Person, darf man Katzen essen? Also laut deiner Moral, wir reden von deiner Moral. Nicht sagen, ja, da in den Ländern oder sowas. Wir reden von dir. Auch ganz wichtig zum Debattieren, nagelt die Leute immer fest, dass es um sie geht, um deine Meinung. Und nicht um, ja, in den Völkern ist das so und Menschen denken darüber verschieden oder sowas. Immer sagen, nein, es geht um dich. Ich frag dich nach deiner Moral. Weil Menschen benutzen immer rote Heringe, also Ablenkungsmanöver, weil sie sich natürlich niemals stellen wollen. Und da fragst du dann einfach, okay, darf man Katzen essen oder Hunde essen? Die Person hat dann wahrscheinlich Katzen oder Hunde und sagt dann natürlich, nein, ist ja völlig wahnsinnig, Haustiere zu essen. Also um Haustiere zu essen, muss man Haustiere farmen, niemals vergessen. Also man muss sie in Existenz bringen, irgendwo in einem Bereich festhalten und dann anfangen zu farmen, durch den Fleischwolf drehen, vorher an den Beinen aufhängen, Kehle durchschneiden, damit die ausbluten. Pipapo halt der normale Prozess, den man so kennt. Ja und da, gut, also man darf Nutztiere essen und man darf Haustiere nicht essen. Also muss es ganz offensichtlich einen Unterschied geben. Es muss ganz offensichtlich einen Unterschied geben. Was ist dieser Unterschied? Dann können wir das auch einfach mal hinschreiben. Hinschreiben ist immer eine gute Sache. Also was ist der Unterschied? Diese Frage stellst du dir immer und ich zoome mal ein bisschen ran. Was ist der Unterschied? Also es muss ja offensichtlich einen Unterschied geben, wenn du sagst, das eine darf man essen, das andere nicht. Und dann nennt man als Trait, der Klassiker überhaupt, ist halt, weil man die Nutztiere dafür was züchtet, oder? Wenn man sie dafür züchtet. Darf man Haustiere farmen, jeder weiß, was ich mit Farmen meine, wenn man sie dafür züchtet? Das ist dann die große Frage, die man dann beantworten muss. Und dann kommt natürlich raus, dass, nein, man darf sie nicht, man darf Haustiere, man darf Hunde und Katzen nicht essen, wenn man sie dafür züchten würde, zum Essen. Also ist das, haben wir hier wieder P and not P. Also das hier der Trait, das ist P, das hier ist P. Das, wonach wir suchen, auf der ewigen Suche, alle Veganer sind immer auf der ewigen Suche, warum man Tierprodukte essen kann und Menschen nicht. Und hier geht es halt dann halt um die Tiere und weil man die Nutztiere, weil man die Nutztiere dafür züchtet. Also Nutztiere, also man würde jetzt natürlich nicht Nutztiere schreiben, weil man sie dafür züchtet, weil man sie dafür züchtet. Und warum ist das P and not P, das könnte man dann hinschreiben. Also ich schreibe das dann immer so, darf man, hier geht es jetzt um Haustiere, na Haustiere, darf man nicht farmen, weil, das ist der erste Punkt, sie nicht dafür gezüchtet werden. Und gleichzeitig sie dafür gezüchtet werden. Gezüchtet werden, na das ist der Punkt. Weil ich habe, ich habe ja gefragt, dann darf man Haustiere farmen, wenn man sie dafür züchtet? Nein, darf man immer noch nicht. Also man darf sie nicht farmen, weil sie nicht dafür gezüchtet werden. Man darf sie nicht farmen, auch wenn sie dafür gezüchtet werden. Und das nennt man einen Widerspruch. Es ist P und es ist nicht P, es ist die Eigenschaft und es ist nicht die Eigenschaft. Und das nennt man einen Widerspruch. Und das ist ganz genau der Punkt, den man sucht. Man sucht ganz genau den Eigenschaftsunterschied. Und das Lustige ist halt, dass man das auf Menschen anwenden kann und auch keiner einen Unterschied finden kann zwischen Menschen und Tieren. Warum man Menschen, warum man Tiere essen darf und Menschen nicht. Das ist der Klassiker, den man immer benutzt, um eine Rechtfertigung zu finden, warum Menschen Tiere essen. Das ist ganz genau der Punkt, den man mal von MyLab oder irgendwelchen von Angela Merkel oder sowas hören will. Man möchte die Rechtfertigung hören, warum darf man die einen essen, die anderen nicht. Und hier kann man dann jetzt alles anbringen. Du kannst jetzt natürlich alles anbringen. Okay, du hast erkannt, okay, es ist nicht, weil sie dafür gezüchtet werden. Okay, dann kannst du sagen, zum Beispiel nehmen wir jetzt Hühner. Ich muss jetzt irgendwas mehr erfinden. Warum darf man Hühner essen und Katzen nicht? Jetzt sagst du zum Beispiel, du überlegst, okay, es ist nicht gezüchtet. Es ist nicht, weil sie gezüchtet werden. Okay, man darf Hühner essen, weil sie auf zwei Beinen laufen. Well, machen wir eine Eigenschaftsangleichung, um zu überprüfen, ob das korrekt ist, ob deine Aussage korrekt ist. Und dann würde man dann jetzt sagen, okay, darf man Katzen essen, wenn Katzen auf zwei Beinen laufen? So wie Hühner, also die laufen aufrecht auf zwei Beinen. Dann würdest du wieder sagen, nee, natürlich nicht. Nur weil die auf zwei Beinen laufen, darf man die ja jetzt nicht farmen. Also ist es offensichtlich nicht die Eigenschaft, auf zwei Beinen laufen. Und dann sagst du, ah, okay, okay, das war jetzt Widerspruch Nummer zwei. Okay, ich suche mal einen weiteren Widerspruch, weil ich sage, ja, man darf Nutztiere essen und Haustiere nicht. Also was ist der Unterschied? Ich muss ja irgendeinen Unterschied nennen, weil die einen darf man essen, die anderen nicht. Also muss es einen Unterschied geben. Was ist dieser Unterschied? Dieser Unterschied ist, Katzen sind intelligenter als Hühner. Deswegen darf man Hühner essen und Katzen nicht. Okay, sagen wir, Katzen wären so intelligent wie Hühner. Dürfte man dann Katzen farmen? Jetzt sagst du, nee, natürlich dürfte man dann Katzen nicht farmen. Katzen farmen, das darf man halt nicht. Und ja, also hast du dir wieder widersprochen. Also ist es auch nicht die Intelligenz. Also seht ihr, wir nehmen die Eigenschaft immer raus, um zu prüfen, ob es die Eigenschaft war. Und finden heraus, dass es die Eigenschaft nicht war. Also die Eigenschaft ist der Trait P, den nennt man einfach P. Und finden heraus, wenn eine Katze die Eigenschaft hat, darf man sie nicht farmen. Und wenn sie diese Eigenschaft nicht hat, darf man sie immer noch nicht farmen. Also es ist ganz offensichtlich nicht die Eigenschaft, die du genannt hast. Also seht ihr, schon drei Widersprüche dann konstruiert. Und so geht es ja immer weiter. Und das Gleiche kannst du auch mit Menschen machen tatsächlich, ne. Deswegen sind Menschen Veganer, weil sie sehen, dass du keine Rechtfertigung dafür finden kannst, ne. Und deswegen, wie ihr hier seht, funktioniert das auch sehr, sehr gut mit Haustieren. Also jeder Mensch auf diesem Planeten, der sagt, dass man irgendein Tier essen darf, der sagt, man darf Haustiere essen. Der sagt, man darf Menschen essen. Ne, also deswegen habe ich hier auch hingeschrieben, damals, als ich dieses Schaubild hier gemacht habe. Es ist unweigerlich, ne. Es folgt unweigerlich. Wenn du sagst, man darf Hühner essen, sagst du unweigerlich, unmissverständlich, man darf Katzen essen. Du sagst unmissverständlich, man darf Hunde essen. Du sagst unmissverständlich, man darf Menschen essen. Ne, das habt ihr verstanden? Ne, das ist ganz genau das Prinzip hier. Ne, nennt man Name the Trade. Ne, das ist das Name the Trade System, um Menschen ihre Widersprüche aufzuzeigen. Um Menschen zu zeigen, dass du keine Eigenschaft nennen kannst. Ne, und wenn du eine Eigenschaft nennen kannst, cool, da kommst du bestimmt gleich auf Discord und trittst gegen mich in einer Debatte ein. Ne, das machen wir dann in der 1v1 Arena und dann wirst du die Eigenschaften nennen, die ein Haustier hat, aber ein Nutztier nicht hat, warum man das Nutztier essen darf und das Haustier nicht. Ne, wirst du bestimmt gleich in eine Debatte reinkommen und dich stellen, ne. Und wir wissen alle, was dabei rauskommt natürlich, aber du kannst es ja versuchen, ne. Ne, das versucht man ja schon seit, seit es den Veganismus gibt, dort eine Rechtfertigung zu finden und man konnte bis jetzt keine finden. Ja, ich wundere mich, woran das liegt, dass man keine finden kann, ne. Ich hoffe, dass, ich hoffe, da kommt man dann irgendwann mal selbst drauf. Von daher, Leute, das ist Name the Trade mit Haustieren, ne. Benutzt das auch bei Haustieren, jeder Mensch, der irgendwie seinen Hund streichelt. Caroline Matti zum Beispiel, da habe ich ja auch mal ein Video gemacht, ne. Wie sehr die ihren Hund liebt und alles, ne. Und dann, äh, die selber Tierprodukte isst, ne. Hund streicheln und Tierprodukte essen, ne, ist ein Widerspruch in sich, kannst du hier ran sehen, ne. Warum darf man Hunde nicht essen, aber, äh, Chicken oder was auch immer du isst, Schweinefleisch, Rundfleisch, ne. Und da musst du ja einen Unterschied geben, ne. Was ist dieser Unterschied, ne. Was ist dieser Unterschied? Äh, was ich auch immer anbringe, um den Menschen halt ultimativ ihre kognitive Dissonanz aufzuzeigen, ist halt immer dieses Beispiel mit, stell dir vor, du hättest als Haustier ein Hühnchen, also ein Chicken, ein kleines piepsendes Hühnchen, das rumläuft, ne, so ein kleiner gelber Wollknäuel, der da rumläuft, ne. Was würdest du dann machen? Du würdest den 1 zu 1 behandeln wie jedes andere Haustier. Und du würdest den 1 zu 1 behandeln wie deine Katze. Und du würdest, wenn jemand, äh, dein Hühnchen wegtreten würde, du würdest ihm den Hals umdrehen. Du würdest ihn anzeigen, verklagen, ins Gesicht spucken, du würdest alles machen. Ne, das ist auch immer mein Beispiel. Ja, stellt euch vor, in der Kuh, in der Stadt ist eine Kuh. Kuh, diese Kuh ist geschmückt und alles, ne, und, äh, die, was würden die Menschen machen? Wenn in deiner Stadt eine Kuh ist, was würdest du machen? Du würdest hingehen, du würdest Selfies mit der machen, du würdest den hier machen. Hier, mit Handy, hier, Selfie. Du würdest Selfies mit der machen, ne, oh, guck mal, diese tolle Kuh, und sagen wir, eine lila Kuh oder sowas, ne. Geschmückt und alles, oh, ist irgendein Fest oder so, oh, guck mal, eine Kuh. Schon lange nicht gesehen, was für ein tolles Tier, oh, das ist so groß. Und, guck mal, es hat Augen und es fühlt sich warm an und hat Fell und, wow, was ein tolles Tier. Ne, bezahlst aber, äh, jeden Tag dafür, ne, dass das Tier umgebracht wird, ne, dass es einfach nur auf der Karte von der Stadt umpositioniert in ein Schlachthaus und dann bezahlst du Geld dafür, dass es umgebracht wird. Aber vor anderen Menschen und sowas tust du als, oh, dieses tolle Tier, lass mal Selfies machen und gleich auf Instagram posten. Guck mal, oh, wundervolles Tier. Das Gleiche ist halt mit Hühnchen oder sowas, ne. Hast irgendwie ein Hühnchen zu Hause als Haustier, ne, und dann irgendwann so nach der Arbeit, oh, ich hab Hunger, keinen Bock zu kochen, erst mal schön Chick-McNuggets kaufen fahren, ne. Man merkt nichts mehr, ne, komplett disassoziiert von der Realität, ne, komplett in irgendeiner komischen, widersprüchlichen Welt, ne, voller kognitiver Distanz, voller Heuchelei, voller Virtue Signaling, ne, so tugendhafte Moralsignalisierung, ne, an die man sich nicht hält. Also man redet nur, ne, man ist ja kein Veganer, deswegen, es ist schon abenteuerlich, ne, es ist schon abenteuerlich, wie die Menschen drauf sind, ne, es ist, äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, auch so ein Trade, der mir einfällt, okay, Trade Nummer 4 fällt mir ein hier, wir können auch noch ein Trade machen, ne, warum darf man Nutztiere essen und Haustiere nicht, ne, warum darfst du Hühnchen essen, warum hast du heute Hühnchen gegessen, aber nicht Katze, ne, weil du zum Beispiel eine Katze hast, ja, da würdest du sagen, naja, Hühnchen schmeckt gut, ja, okay, machen wir eine logische Ausweitung, gleichen die, äh, die Eigenschaft an und gucken, ob das wirklich die Eigenschaft ist und sagen, okay, sagen wir, deine Katze würde auch gut schmecken, darf man jetzt Katzen essen, ne, würdest du sagen, ne, darf man nicht essen, auch wenn die gut schmecken, darf man die nicht essen. Ja, es ist ganz offensichtlich nicht die Eigenschaft, weil es gut schmeckt, ne, also es ist, äh, Widerspruch Nummer 4. Man darf es nicht farmen, wenn es gut schmeckt und man darf es nicht farmen, wenn es nicht gut schmeckt, ne, also ein Widerspruch, also es ist nicht die Eigenschaft, äh, man darf es farmen, weil es gut schmeckt, ne, okay, von daher, äh, ich wäre sehr erfreut, wenn hier jemand reinkommen könnte und die Eigenschaft nennen könnte, den Eigenschaftsunterschied, ne, warum man die einen essen kann und die anderen nicht. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, jeder konnte etwas mitnehmen aus dem Video und, äh, konfrontiert alle Menschen damit, okay, die sollen den Unterschied nennen. Vielen Dank fürs Zuschauen and I see you next time. Vielen Dank fürs Zuschauen and I see you next time.